Freunde, was gehört? Jetzt bin ich wieder. All right, boss. Ich habe leider dieses Video gelöscht gestern, also gestern, diesen Lais-Team, weil ich dann nicht reden konnte. Leider. Und ich werde jetzt 1-10 Monate aufbauen mit YouTube, weil ich habe einfach keine Zeit mehr gerade dafür. Und trotzdem, wenn ein Update kommt, werde ich euch das zeigen, alles drum und dran. Updates ist klar, da bin ich dann für euch da auch. Und also Livestreamen tut ich jetzt nicht mehr generell so oft. Deshalb andere sehr große Sachen noch am machen und am tun. Und deswegen kann ich jetzt nicht mehr so oft Livestreamen auf meinem Kanal, leider. Das heißt, leider. Das hat einfach kurz andere Sachen noch zu tun. Und ja, deswegen wollte ich das euch nur sagen. Ich würde sagen, H3 und I'm a Red Boss. Bis schon.